Das ist nicht so spät, was? Jetzt geht er runter. Abgeschossen. Der wurde durch den Schuss. Das gibt es ja nicht. Der hat abgeschossen. Was? Die haben den getroffen. Die haben den getroffen. Guck mal, wie der fliegt. Ich sehe ihn nicht. Guck einfach über die gelben Dinger. Ah, ja, ja, ja. Alles schließt er raus. Das ist ein Abschuss gewesen. Das ist ein Abschuss. Das ist ein Abschuss. Es ist er. Er hat geschlossen. Er hat einen Abschuss. Er hat ihn, er ist er. Er hat ihn ammütend. Er hat ihn verabschiedet. Er hat ihn gesehen. Er hat ihn verabschiedet. Er hat ihn verabschiedet. Er hat ihn verabschiedet. Es ist schön nicht so sehen. Es ist schön. Man kann wieder so nah. Ah, schön, aber man hau ab. Oh, scheiß Abschuss! Nee. Oh, scheiß... Oh, scheiß Abschuss! Oh, scheiß Abschuss! What it's like, it's like gut. It's a bit darker. You can see it now. Thank you, guys. You don't have to take away. That's my job. Thursday, 22nd September, in Arlapsi, Malta, and there are at least four illegal bird callers for quails, calling to attract quails for the hunters. Another one, which was very close to the street where we are now, was switched off as soon as our car stopped. What we have here are the remains of seven bee-eaters, two marsh areas, two swifts, and a couple of racing pigeons. And all these birds were found in the ditch of the old fortification here on the Dwera Lines in Malta. It's Wednesday, the 14th September, and we just called the police. The 15th September, in the last two weeks, the 15th September, in the last two weeks, the 15th September, in the last two weeks. Oh!